Das ist nicht viel? Nein, das war schon eine sehr große Herausforderung, das vom Gewicht und der Gewährung her hinzubekommen. Da sind natürlich auch nur sehr kleine Modellbau-Servos eingemacht. Sie finden sonst hierbei fest so eine Menge elektrische Angriffstechnik, Achsenmechanik, Motor- und Motorkontroller, auch die glattige Entschlussgebung, das wird sich nachher alles wieder für unsere Experten zusammen anschauen.